Guten Morgen meine Lieben! Wir haben jetzt mittlerweile schon Tag 3. Äh, jetzt wird es dunkel. So. Ja, wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Monkey Park, also zum Affenpark. Jetzt müssen wir jetzt mal ein bisschen fahren. Hoffentlich finden wir das. Und ja, ich freue mich schon, weil ich liebe Affen. Die sind richtig süß. Und ja, das Wetter hat sich auch einigermaßen gelegt und es ist viel besser geworden. Weiß ich auch nicht. Trotzdem Pullover an. Man weiß ja nie. Ja. Dann melden wir uns später wieder. Weil wir da sind. Tschüss! So, wir haben es endlich geschafft. Im Nirgendwo. Das ist der kleine Affenpark. Dann werden wir da jetzt mal reingehen. Sonne ist auch endlich da. Ein bisschen windig. Aber trotzdem sehr schön. Besser als gestern. Bin ich jetzt mal gespannt auf den Affenpark. Da ist er schön. Oh, meine Augen, Tränen. 17 Uhr haben die Affen. Komm, wir sitzen da. Komm. 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 Wir haben hier Respekt vor denen, ne? Die hier so sitzen. Guck, wie die guckt. Sollen wir uns da umsetzen? Gucken. Oh Gott. Guck mal. Das sind Meerschweinchen und ein Leguan. Da kommt einer aus dem Haus. Unglaublich. Da oben sind die Affen. Oh, Schatz, geh weg davon. Nicht anfassen. Guck mal die Tortuga, Ruben. Oh, vielleicht beißt sie dich. Schatz ist sie원이 g impossible. Guck mal. Schatz ist sie geschafft. Schatz. Schatz angst 말� bre PI. Ich bin zehn Prozent. Das macht ihm Spaß. Guck mal Leute, man sieht das gar nicht. Zeig nochmal deine Zähne. Ja, dich will ich nachts auch nicht begegnen. Hallo. Oh, die wollen raus. Oh mein Gott. Ich habe meinen Finger gehalten und dann ist er voll aufgesprungen. Guck, mach du mal. Oh, das ist ein Baby, guck mal. Oh ja. Das wollen sie bestimmt beschützen. Oh, deswegen hat er so arm. Ja, da war Beißerchen gehaftet. Ja, das soll noch mal zeigen. Was für ein großer Affe. Ach der Schwanz. Weiter. Oha. Mörkerlü. Der rastet aus. Der ist aber aggressiv. Oh. Ja. Ich glaube, den wollen wir doch nicht mehr im Wohnzimmer haben, oder? Oh. Bist du auch gefährlich? Du siehst aber süß aus. Ja, du? Die Augen. Hallo. Das mögen sie nicht. Oh Gott, guck mal den da unten an. Was bist du denn für ein Monster? Ohohohoho. Sind ja auch alle... Ich bin alt. Der ist doch kein Asse. Siehst du doch, das ist das eine Zeit für dich. Der läuft... Der läuft ja nur auf vier Beinen. Guck mal, der findet das interessant. Na du? So, wir sind jetzt aus dem Park heraus. Ja, war ganz nett. Viele kleine Affen, die man eigentlich vorher noch nie so gesehen hat aus verschiedenen Parks. Ja, doch. Aber ich war ein bisschen teuer. 10 Euro Eintritt pro Person. Und dann war da nicht so wirklich viel. Und... War auch nicht viel los. Äh... Ja... Es ist mega warm, ey. Und ich hatte noch eine lange Hose an, weil das bei uns so kalt war. Ah... Ja... Aber... Ja... Wir waren hier ja noch nie in den Affenhafen. Und... Und... Ja... Jetzt fahren wir wieder weiter. Mal gucken, wo uns hinführt. Ja... 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 Musik Hallo meine Lieben, ja ich habe vergessen gestern total das Ende für euch zu drehen. Wir waren gestern nur noch an einem richtig schönen Strand, haben da was gegessen und ja haben uns den Strand einfach mal eingeguckt. Deswegen, ich habe das euch ein bisschen gefilmt, aber danach habe ich euch gar nichts mehr erzählt irgendwie. Ja, heute werden wir wohl da hinfahren. Ja, und ein bisschen Sonne tanken. Es ist zwar hier jetzt im Norden auch richtig warm geworden. Wir haben jetzt auch schon, jetzt ist es irgendwie halb elf, elf oder so und wir haben schon um die 24, 25 Grad. Das ist echt krass, daher wird es bestimmt im Süden noch wärmer sein. Da war es gestern, wo wir waren, war es 27 Grad. Und wie ihr seht, ich habe voll mega Sonnenbrand bekommen. Richtig, das brennt so mega. Aber ja, da werden wir jetzt heute hinfahren, daher werde ich nicht mehr filmen, aber ich dachte mal, ich mache jetzt noch das Ende von gestern. Und ich muss euch leider sagen, die Videos kommen noch später online, was mich richtig ankotzt. Weil wir würden zwar WLAN bekommen, aber wir müssen jetzt noch für März 5 Euro zahlen, aber da an zwei Tagen April ist, müssen wir dann nochmal 5 Euro zahlen. Und deswegen dachten wir, wir warten jetzt nochmal zwei Tage und ja, dann lade ich aber, glaube ich, alle drei Videos, die ich bis jetzt gemacht habe, an einem Tag hoch oder zwei Videos an einem Tag. Ja, denke ich mal, werde ich das so machen, dass ich dann zwei Videos an einem Tag hochladen werde. Dann habt ihr ein bisschen mehr von meinem Urlaub und ja, ich hoffe, es ist nicht so schlimm, aber wir wollen dann auch nicht so, naja, was heißt viel Geld, aber 5 Euro für die zwei Tage jetzt nochmal ausgeben. Das lohnt sich ja irgendwie nicht, deswegen, ja, wollte ich euch mal so sagen. Gut, dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss!